Eine Nova zu sein ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Immer schön dranbleiben, denn gleich nach der Werbung geht's hier weiter mit... Geolino TV. Cool, davon will ich mehr. Jetzt kommt unser Togo-Kinote. Ah, sonst! Pechvogel Alfons Zitterbacke verpasst um ein Haar seine Klassenfahrt. Die Hose. Der Idiot hat ja seine Schlafantitel an. Uns hat der Film super viel Spaß gemacht, denn hier gibt's lustige Streiche, fliegende Makaroni und jede Menge Chaos. Das ist das Ende dieser Reise für dich! Und das allerbeste, ich habe einen Gastauftritt und bringe einiges ins Roll. Vielleicht entdeckt ihr mich ja. Oh mein Gott! Das war unser Togo-Kinotipp. Jetzt kommt Werbung! Shadow High, Shadow High, jetzt sind wir dabei. Die beste Schule der Stadt. Rainbow High, jetzt seid ihr Platz. Jede High-School hat Rivalen, wir werden es euch heimzahlen. Hier sind die Stars von... Shadow High, Shadow High. Rainbow High, jetzt seid ihr Platz. Shadow High von Rainbow High. Neue Schule, neue Schüler, neues Drama. Jetzt neu! Die Serie 4 der Rainbow High Fashion Puppen mit zwei Outfits und coolen Accessoires. Jetzt wird das Wohnzimmer zur Sportarena. Es warten sechs fantastische Sportarten mit jeder Menge Bewegung auf dich und deine Freunde. Nintendo Switch Sports. Super Zinks. Die neue Serie 4 ist da. Neue Zweierteams. Bist du bereit? Mehr als 80 neue Super Zinks zum Sammeln. Blaster Jets mit Schussfunktion. Neue mächtige Mega Jets. Verbinde sie und bang! Findest du den unglaublichen Kit Kazum? Super Zinks von Magicbox. Ta-da! Hallo, ob meine bunte Lieblingstorte fertig ist? Gleich, Benjamin. Hier, süßes Konfetti. Oh ja? Und jetzt mit neuen Figuren zum Sammeln und Spielen. Benjamin Meisterkonditor. Meine Meistertorte aus der Konditorei Kopenrad und Wiese. Willkommen auf dem Fahrersitz. Mit Matchbox in der Hand ist kein Weg zu steinig und keine Rettungsaktion zu gefährlich. Das Abenteuer beginnt. Eine eigene Welt erschaffen mit Matchbox. Das neue Medizini ist da. Diesmal mit Tipps, was dir bei Insektenstichen hilft. Der Riesenweltkarte von Nord- und Südamerika und großem Tierposter. Hol dir das neue Medizini jetzt in deiner Apotheke. Jetzt kannst du dein Mario Kart Rennnerlebnis noch größer machen. Es erwarten dich 48 neu aufgelegte Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart Reihe, auf denen du die Reifen glühen lassen kannst. Der Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass erscheint in 6 Wellen mit jeweils 8 Kursen. Welle 1 jetzt erhältlich, nur für Nintendo Switch. Party mit Polly Pocket. Es regnet Überraschungen. Auf zur Insel. Von hier nach da. Flanschen, erkunden. Oder einfach abhängen und danach surfen. Hallo dort unten. Party Spaß mit der Polly Pocket Flamingo Schatulle. Viele weitere Schatullen zum Entdecken und Sammeln von Polly Pocket. Hey, ist dir auch so langweilig? Wie wär's mit einem Strandausflug? Einem neuen Abenteuer? Oder eine Entdeckungsweise? Was du willst, wohin du willst. Mit der Bahn reist du bis 14 Jahre kostenlos. Aus dem neuen Lightyear-Film. BAS in seiner XL 15. Zürich ist solch ein Schurke. In Sicherheit. Neu Lightyear XL 15 mit BAS. Weitere Figuren separat erhältlich. National Geographic Kids, das Magazin. Jede Ausgabe mit vielen spannenden Themen und starken Postern. Das Extra. Cooler Expeditionsgürtel mit Stift, Block, Taschenlampe und Fernrohr. Jetzt überall im Handel. Little Light Pets, Schweinchen Piggy. Es läuft und wackelt dabei lustig mit den Ohren und dem Schwanz. Mit weicher Haut und niedlichem Rüssel. Little Light Pets, Schweinchen Piggy. Die brandneue Staffel Ninjago. Wir holen Nia zurück. Um Nia zu retten, brauchen die Ninja Esferas Hilfe. Brauch. Aber ihr ist nicht zu trauen. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Werden sie es schaffen? Jetzt herausfinden in der Topo-App. Ninjago braucht deine Schnelligkeit. Deine Stärke. Deinen Mut. Zwei, vier, drei. Jeder Ninja zählt. Ninja, vereint euch. Mit den neuen Sets von Lego Ninjago. Auf Ninjago.com. Hier ist das absolute Spitzenspiel. Und es geht gleich richtig hart zur Sache. Luigi, auf Peach. Und was für ein Abschluss. Aber noch besser die Parade. Taut, macht sich Platz auf der Außenbahn. Mario ist bereit. Setzt zu einem Halperschuss an. Wall rückt sie und Tor. Mario Strikers Battle League Football. Nur für Nintendo Switch. Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden hilft Gavi Natura. Anders als die meisten Produkte enthält es 100% natürliche Inhaltsstoffe. Die Dreifachwirkung schützt die Magenschleimhaut, neutralisiert die Magensäure und beugt Reizungen vor. Gavi Natura. 100% natürliche und effektive Linderung bei Magen- und Verdauungsbeschwerden. Immer mehr Eltern entscheiden sich bewusst für Kinder-Karex-Zahnpasta ohne Florid. Deshalb gibt es jetzt Junior-Karex. Für Kinder ab 6 Jahren. Schützt Kinderzähne mit Bio-Hub. Und beruhigt gereiztes Zahnfleisch. Junior-Karex. Aus Überzeugung ohne Florid. Mit Bio-Hub. Der Stoff, aus dem die Zähne sind. Auch nach dem Staubsaugen befindet sich noch Schmutz in Ihrem Teppich. Schmutz, der von der Straße kommt! Die Teppichpflege von Vanish dringt tief in Ihren Teppich ein und entfernt den Schmutz, den Ihr Staubsauger nicht erreicht. Vanish Teppichpflege. Vertrau Pink für wie neu aussehende Teppiche. Selbstverständlich nachhaltig. Ikea. Dieser Geruch kommt von Millionen von Bakterien in deiner Wäsche. Gut, dass der Sagrotan Wäsche-Hygienespüler bereits ab 20 Grad 99,9% der Bakterien entfernt. Für wirklich hygienisch frische Wäsche. Sagrotan. Und jetzt mit jedem Kauf einen von 20 Europa-Parktrips für die ganze Familie gewinnen. Werbung Ende. Die Togoshow ist wieder da! Kommt mit! Das wird dein Tag mit deinen Togostars! Wo sinds Hindernisparcours? Gar nicht so leicht! Wow, echt tricky! Bist du da! Auf der Bühne abfeiern mit deinen Stars und Tick-Zockern! Ich mit! In unsere Togoshow! Ist das ein cooler Tag, oder was? Ja, voll! Die Togotour. Das wird dein Fest. Alle Infos findest du auf www.toggo.de. Hey, Gelsenkirchen! An diesem Wochenende kommt die Togotour zu euch. Allerchen! Achtung! Spaßattacke! Wenn ihr einverstanden seid, sagt Miau! Miau! Alle Augen auf die Katze und die Maus! Tom und Jerry laufen wieder zur Bestform auf. Und je wilder die Jagd, desto größer der Spaß. Was ist mit dieser Katze los? Wer sich so in die Wolle kriegt, muss sich einfach mögen. Die Tom und Jerry Show. Heute um 18.25 Uhr mit neuen Geschichten. Neugierig? Dann kann's ja losgehen. Das Togo-Ferienprogramm ist echt crazy. Ich kann's kaum noch erwarten. Yeah! Rasende Nager und fliegende Haie. Es knallt. Und es geht so richtig was auf die Glocke. Und wann? Ich weiß wann! Der Togo-Ferien-Spaß läuft. Montag bis Freitag ab 8 Uhr. services. ÜbersHermel. Wir können ledigend sein, Wir dürfen! Vielen Dank.